Panzer-Schrotzen-Mix Da kommt einer ran, oh oh Das sind mehrere Kannst du wieder kommen? Ich hab noch 40 Sekunden Achso Geht wahrscheinlich sogar schneller Ich hab ihn verloren Ich schätze, wenn ich jetzt B-Capture Wer da gleich an Ange-Wichs komm her Verdammter Ars So ein verdammtes Ars Er ist immer noch hier daneben Spice Kämm dich irgendwo auf ein kleines Ding hoch Ja, ich sitze auf dem Dach Aber ich sehe ihn nicht Versuche mal eine Kante langzulaufen und zu markieren Ja, ich sehe ihn nicht Ich hab schon geguckt Achtung, der hat es bei mir ausgemacht Wie hat der jetzt das Band biegen? Die war auf dem Baum Hochschießen Die war hinterm Ast Er wäre so gut wie nicht hingekommen Also Da ist er Oh, der ist leichte Ne, immer noch Um zu markieren Ich komm grad Da ist er Er ist Sanitäter Ist immer noch der gleiche Sunny Fuck Ist immer der Flash okay? Ja, äh, fuck, ich hab ihn noch nicht offen Na, jetzt ist er weg Warum auch immer Warum auch immer Ich wollte ihn grad öffnen Hast du ihn gekillt? Ich bin drüber aus zu sehen gefahren Achso Deswegen ist er so schnell weg So, hab das Schildding weggemacht Jetzt müsst ihr ja gleich wieder antranzen Du bist ja Spion, oder? Ja Da ist er Nein, das bist du So, jetzt Capture mir geschwind Hallo 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 Jetzt sich annähert Da merkt man's Setzt du vorne noch ein Ding hin Hier irgendwo die Treppe runter Ich auch schon, aber ne Ah, hast du ja schon Hast du ja schon Hast du schon, Gott Das 1 bringt uns nichts Das ist das Problem Ja, ich hab's voll gelevelt Ihr habt einen sehr großen Range bei mir schon Ja, das stimmt Jetzt gehen wir zu C Da oben ist er Bei A Er wird sich jetzt Ding wechseln, schätze ich mal Auf ne Panzerbrecher Um deinen Sandi wegzumachen Ja und vielleicht ist das auch rot, ne Gut möglich So, ich Ich cap schon mal A Und dann werden wir gleich sehen, wo er ist Da vor mir Ah, hat mich, hätte ich volles Leben, hätte ich ihn gekriegt Alchemist Du kleiner Pisser Hast du ihn? I Ice Mit einem Hatchet reingezogen Jawohl Gut, dann fahre ich rüber zu Geh ich rüber zu C Hole noch C Und dann machen wir den Blatt Allein kann er nicht nix machen Erficht 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 Nee, es sind zwei jetzt Lightning Lightning Ich Fick mal 24 hin So Ah, fuck Hörst du auf auf mich zu zielen? Hörst du auf? Komm her, komm Ach, noch ein 100er ist da jetzt Nein Komm her Hast du ihn? Nein, der sitzt im Lightning Ich hab mein C4 auf den Boden gelegt Scheiße, der will Pass auf, der kommt zusammen Der kommt Ding äh Panzer Nehmen schwere oder Max oder irgendwas Der kommt zusammen Lightning Der hat mich mit einem Viper schluss gekillt Eine Hörst du dich im Ding rein? Ich hole meine Panzer-Max Ja, das ist schon groß Ja, ist schon weg Soll ich meine Panzer-Max Da oben kommen sie Panzer-Schrotzen-Max Da kommt einer ran Oh, oh Ja, einer kommt hier rechts Autsch Ich muss gerade richtig fressen Ja, ich sehe bloß den Einsperren hier nicht mehr Ich versuche dagegen zu heilen Ehrlich mal Boah, die hat irgendwas mit den Mist Ich komm nicht schnell genug hinterher Ja, bleib einfach vor Empörung So, wir haben ja noch Jetzt kommt noch eine Skate Und jetzt kommt noch eine Skate Ich bin wo beim Punkt Ja, hinter dir Hast du ihn? Ja, ich hab ihn einschuss Äh, zieh lieber Zieh dich mal zurück Stopp, stopp, stopp Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn Kein Problem Alles safe Alles safe Wie lange ist die Frage Ja, Magrider Wo? Vergehe ich dir gleich Ah, ja Ich sehe ihn markiert Wenn er sich einmal rutschen schickt, kann ich nicht wieder den holen Hast du ein Schutzschild? Nein 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 Aber ich hab die Panzer brechen dabei Ich darf mich nicht rechnen Ich denke, ich denke gerade ab Oh, zurück Oh, ja, ich stehe direkt davor Ja, jetzt hat er mich misst Wie viel hat er denn noch? Die Hälfte hat er noch? Die Hälfte Er konnte nicht helfen, sorry Nee, mir macht nichts Das macht nichts Der rappt, der rappt, der rappt Der rappt Ich hole mir nochmal, ne? Was brauchen wir? Anti-Air-Max? Äh, Anti-Air Äh, Anti-Air Äh, Anti-Anti-Panzer Aber die Da kann ich mir so schnell reinhauen Ich rapp mal deinen Dinger aufgeschwind Und noch ein Ladegerät bekommen Ja, dieses geiles wäre Setzt du dich mal rein, setzt du dich mal rein Ich versuche dagegen zu rappen Ja Der Hälfte ist schon voll deswegen Der Hälfte ist schon voll deswegen Ich hau ihn mit der Bulldog Hinten schießt noch, schießt noch voll Wo? Aber kannst du dich hier aufbauen Irgendwann auf dem Berg hinten, ne? Ich sehe sie, sie kriegen sie Ah, da oben Oh, ein Verdienstabzeichen Ah, Truppführung Ich habe einen gekillt Oh Mist Was hast du als dritte Waffe? Noch eine Bulldog Oh, jetzt kommt der Flash Hab ihn Scheiße, was ist das denn? Ich bin Ingenieur Ich reparier dich Backwater Wo? Ah, sieh jetzt durch Das ist ne Ding, das Guide Äh, und da ist noch dazu Ich habe ja noch nicht in die Schreibung Gegen den Backwater kann ich dagegen rappen Ja, die stellen aber jetzt auch in Sandi in die Nähe Oh, jetzt muss ich nachladen Nein, nein, nicht davorrennen Bleib hier bei deinem Sandi Ich brauche Hilfe Anze mich, deswegen wollte ich eigentlich aber der Achso, ja, aber ich war hier irgendwo immer noch beschossen Ich habe nur noch 50, dann kann ich Wollen wir wegfahren? Abonniert